Das ist jetzt schon noch ein Außensohn. Sieht ja schon mal super aus. Das Dach fehlt natürlich auch noch. Das ist blöd. Das ist eigentlich schon super. Kann man so lassen. Wir brauchen nur noch eine Tür, ne? Weil sonst kommst du ja dann hier hin. Könnte ich mir hier in vorne hin zimmern eigentlich. Türen. Türen. Geht nicht. Das ist blöd. Dann müssen sie ja außen rum rennen. Oha. Von anderen Objekten. Weil muss ich die Dinger... Dann hole ich die Alarmen mal weg. Aber wieso kann das nicht auf anderen Objekten platziert werden? Hä? Wahrscheinlich weil das Ding zerstört. Wahrscheinlich. Na gut. Ich meine. So dringend brauche ich die auch nicht außer hier. Und... Ja. Aber... Tja sonst eigentlich ganz gut aus. Tja dann mal. Dann muss ich aber die noch... So. Damit das auch besser aussieht. Gut. Ähm. Dann haben wir es soweit. Wieder. Und... So. In eine Richtung brauchst du hier ja nicht. Also... Vielleicht ein paar... Vielleicht auch ein paar Dinger hier. Ein paar... So... Beleu... Achja. Lichtlampen brauchst du ja auch noch. Siehste. Stimmt. Lampen. Kann die eigentlich meine Alt bewerten... nehmen oder... Na die anderen die habe ich ja nicht gefunden. Hm. Sieht schon geil aus. Wirkt schon cool. So. Habe ich hier noch irgendwas was... Optisch ein bisschen... Schneeker ist. Nehme mal so ein Decken Zäpfchen einfach. So in der Mitte. Damit die Augen nicht auch ausgeleuchtet sind. So. Gut. Fertig. Ah jetzt... Hm. Jetzt weiß ich warum das so ist. Hehehe. Scheiße. Och Mano. Kann man das jetzt nicht... Kann man das drehen? Gut. Alter. So. Jetzt will ich es immer speichern. Und dann... will ich eine kleine Raucherpause machen. Bis gleich, Luis. Los. So. Weiter geht's. Ähm. Was? Gesetzesdück hergereiten. Ach. Vergiss es. Tauziehen spielen. Kann auch irgendwann mal machen. Fünf Objekte verbessern. Kann auch irgendwann mal. was? Wie viel kriegt er dafür eigentlich? Tausend! Kann er in der nächsten Zeit mal machen. was immer hättest du sollst lass es einfach so gut die hat das das auto besitzer festlegen papa das besitzer festlegen so das schon mal super der hat energie auch ziemlich rund eigentlich können die alle mal wieder schlafen gehen so abends aber macht den scheiß aus sie geht ja mal schiff das so die lissi sozial ist ziemlich runter noch ziemlich müde die kann auch pin die waren noch nicht tapiziert oder wieso sieht die so komisch aus die sieht so komisch aus ein trainingsraum wäre auch schön aber ja nächsten zeit weil wir müssen erstmal wieder ein bisschen geld rankriegen kann die mutti nur machen die sind ja ziemlich müde ich sehe nochmals gut aus nein nein was nein ein paar gitarren ach so stimmt ja der kann mal die pfütze auflecken ach ne bin ich ja ne ne aufwischen die mutti die kann pennen mach die denn da wo ist denn der vater jetzt nach hause schicken ähm bitten zu gehen wo ist denn der überhaupt ach ja der wollte ja schiffen ich bin ja auch müde ähm gehe ich mal rupen klar so hm 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 ja leck doch mal weiter um natürlich ja der kann den oma schlafen weil dann alle schlafen und dann mal mit bauern anfangen und so dass ja wollte ich einfach mal gemacht haben einfach nur dass man ein stures licht an das ist super wo das klingelt die arschhalte dann müssen die eigentlich wieder arbeiten er ja nicht der ist ja arbeitslos der kann ja bilder malen wird zum genie ich meine bin ich ja auch bei den mehr als ich jetzt nicht aber die krug 130 ist schon nicht schlecht schmerz ergeben das super bis zu ermüdungen zu reden ich glaube nicht was oder so sein muss ja auch nicht unbedingt sein ich wollte in arbeit gucken 15 stunden ich schläft ja noch das sieht doch super aus was haben die eigentlich im kühlschrank nichts wurde mal ranernährt ne würde ich dann mal sagen wo die schlafen alle kann er machen aber muss nicht nicht unbedingt nein 15 gemälden dekorieren nö die verkaufe ich lieber ach die sollen doch verkaufen und nicht Mensch soll doch Geld reinholen hier meine Herren so ich muss ja auch zur Schule muss hier zur Schule ja Hausaufgaben jup sind gemacht und ich hab ein Auto in der Tasche das ja dazu sag ich mal nichts neun Stunden ist ja alles super das ist eigentlich so wie so so sie bringt jetzt bei Licht und wurde alle schlafen ich verstehe es nicht und auch alles ein bisschen pauselastiger glaube ich weil mit fünf aushalten ich meine das ist ja kann einem später machen nein so Lissi Papas besten Freund gewinnt abortieren kein Platz mehr Herr Rumpel geht ja jetzt auch gar nicht weil der müsste sich rüber rennen und der soll ja mit Dings machen wird das mal machen einfach oh oh man guck mal wie Lissi aussieht oh 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 das ist ja mal gar nicht gut ich sehe ja ganz gut aus naja ich hoffe die wird bald mal wach ne weil die muss dann ordentlich mal einen abkauen hier wer wird wach? einer von den beiden auf jeden Fall einer von den beiden auf jeden Fall Moody wird wach die kann dann gleich mal äh Frühstück servieren alter was das denn Pfannkuchen was Fruchtpaffee oh oh die alles machen kann muss ich das mal machen in Unterwäsche natürlich ich koche auch immer in Unterwäsche weißt du weil es so warm ist einfach naja ach Napfen ach ja muss sie ja auch noch machen ne stimmt kann sie da noch mal machen was ein Gerichts zu hehehehe hehehe ja dazu sag ich mal nix so ich bin auch wach wetten nö ich wär grad wach ii ja ähm kann ja eigentlich mal ein bisschen zocken ne ups mach ich auch immer gleich aufstehen und zocken das äh jo was nein die hab ich doch raus die hab ich grad erst aus dem Haus geschmissen so Mundi sein ähm ach die Moody ist schon fertig ok das ist ja super dann kann die sich mal ähm ne Schüssel nehmen einfach bevor die Wurfis wieder wach werden ich mein das boah der ist jetzt auch schon wach und er macht sogar das Bett das ist ja super Hunger der kann sich denn auch mal ne Schüssel nehmen ne Schüssel nehmen und das von hinten ne Schüssel nehmen und das von hinten ähm Rex ist wach Alter jetzt werden sie alle wach du der kann sich erstmal ein Spielzeug holen die sie ist auch schon wach Zerstörung kann sich auch Spielzeug holen ach sozial ist ganz schön krank also krass alter da deswegen sieht die auch so traurig aus oooh könnte man ja heulen bei dem Anblick Ohren ganz tief und oooh so so Moody ne hast was zu tun hier und abfüllen dann kannst du das mal Reste wegstellen aber ich bin da noch am zocken kann der Vater nochmal der kann ein Bild malen einfach ein neues Bild anfangen ähm was stille malen ne malen groß hat er zu tun was will ich sie ausführen na kann er später machen Theke putzen kann er später machen ach warte wollen die mal an der Wohlfahrt spenden alter die können die mal was spenden ich kann das eher gebrauchen aus dem Grund dass er eh nur kommt das da auch eh nicht an boah ich muss sie posieren weil sonst seh ich nicht mehr durch so Drecks kann der erstmal achso die soll doch alter du seh zu weil denn soll da was futtern hat was war da hab habt ihr das mit Drecks eben gesehen was war das denn gerade was für ein komischer Bug war das denn bitte alter geh mal da weg jetzt was siehst du machst du sogar ja was kann die noch machen mal sozial die ist auch so die ist auch ein bisschen asozial die kann man mit Lissi kann man mit Lissi spielen den Schmatz ergeben auch teilweise ähm freuen was ach ja keine Zeitque ja hä 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 j Senin neigungen streicheln Neigungen schmatze geben neigungen umarm Zuneigung Leckerchen geben Apropos Leckerchen, muss ich was fressen Oh ja Aber erstmal ist Dings wichtiger Jetzt kann Dings was futtern Endlich Und Ja, ich sitze ja noch oben Und hab Hunger Und ja Reste essen, Bruch, Parfait Das ist super Sozial, ja auch ganz schön asozial Also ich jetzt Gut ist es nicht Ähm Achso Der malt, das super In einer Stunde Das kann er lassen, das wurde schon gemacht Da seid ihr eigentlich schon an Fähigkeiten Stufe Malen Das ist super Ich weiß nicht Wie geht das denn Ich bin Ich bin Ich bin